hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde besiege wie man das immer ausspricht dann nehmen wir jetzt mal die nächste runde uns vor und das ist ich muss wieder fliegen ok dann sag ich mal ich nehme mal wieder meinen ach so ich habe den grifer wieder neu gebaut sieht bisher anders aus und ist auch nicht ganz so stabil wie der vorige aber ja wir brauchen die greife nicht wir brauchen jetzt unser fluch show ok also drauf lang geht schon mal nicht dann werde ich mal eine bombe abwerfen damit ich gleich mein gleichgewicht behalte und hier schmerz ich gleich eine bombe ab und zwar die vier und halt 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 die sechs muss jetzt abwerfen nein warte mal ach das sind vier ich habe nur drei gezählt gut 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 dass ich ja vier bomben habe weil so würde ich für jedes schiffchen eine bombe gebraucht das war jetzt die eine bombe problem ist sobald eine bombe weg ist lässt sich das so scheiße steuern also ganz schön ich lege es nicht sobald das ist Nein, das kann doch nicht wahr sein, ich hab doch nur 4 Bomben, ich mach das anders, ich mach ein neues Fahrzeug, genau, ich baue jetzt ein neues Fahrzeug, ein Panzer mit 4 Kanonen, 4 Flugschiffe, so. Das wird auf jeden Fall die Lenkung sein. Ach, wann war ich hier nochmal, nee. Das reicht so. Warte mal, warte mal. Dann nehmen wir jetzt die hier hinten über die, so, den nicht. Die Räder. Machen wir nochmal alles ein bisschen stabiler. So, stabil gemacht. Und dann nehme ich hier nochmal, 1, 2, 3, 4. Ah, genau. Passt. Ah, genau. Ach, muss ich ja noch alle drehen. So. Ich wollte mich löschen. Ich wollte. Links, rechts, rechts, links. So. Und die machen wir dann. 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2. Und dann kommen die Kanonen, die wir natürlich auch noch drehen. Und dann stiegen in Richtung, aber. Und die heißen dann. 1, 2, 4. Ja. Und. Das ist doch nicht alles. Wie man hier große Rede ran. Eine Nachricht. Wir setzen den mal auf den Boden. Nies mal kurz die Nachricht. Okay. So. Ich bin jetzt mal kurz. Nein. Ach. Schon wieder falsche Dosten. So. Wir zielen jetzt als erstes mit der 1. So, feuerfrei. 1. Oh, hier haben wir ja. Bomben, die Kühle... Ich muss ja aufpassen um welche Kühle kommen. hinfahre. ok dann nehmen wir die zwei. der trifft. fangen wir mal außen rum nicht durch die ganzen explosiven Kühe. oh da ist noch eine. mit dem stein versteckt. ganz weit weg. ganz weit weg. so jetzt kommt die kanone 3. könnte das passen. ok der müsste passen. nein ich habe mich getroffen. ok dann schießen wir so gleich die ganze nach. try again. ok dann schießen wir so gleich die ganze nach. try again. ok. und der erst war ja ganz easy. schauen wir mal. kamera wieder richtig schieben. naaa. der könnte passen. so. jetzt schnell zum nächsten. wir haben ja nicht ewig zeit. sind wir auch nicht mehr die jüngsten. ne. ok. ich bin ein schlechter Schotzer. try again. versuch nummer 3. alle guten dinge sind 3. ich müsste hier in der mitte nochmal. noch viel. ein dinges machen. so war nicht so durchhängt. das ist ja voll ein durchhänger. naja. was solls. so. das war. so. jetzt fahren. schon mal wieder. so. 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 Jetzt machen wir das in den Kratz. Und die 3. Voll auf mich raus. Sieht aus wie bei mir alles verstärkt ist. Welche Kuh war das jetzt? Er hat 3 oder 4 geschossen? Nein, weil ich jetzt so hoch schieße. Oh, da ist eine Kuh. Das ist eine Selbstmörderkuh. Wenn ich jetzt so hoch schieße, treffe ich doch nur. Ja! Cool, meiner ist zerstört. Ich habe es aber geschafft. Ok, ok. Schnell die nächste Runde anschauen. Was machen die denn da? Ok. Aber ich mache jetzt erstmal noch ein Ding ins Rand. Hier so ein Reifen. Lass er dann in der Mitte nicht so durchhängen. Das gefällt mir nicht so richtig. Wo waren das? Ach, da und da wieder. So. Runter. Ah. Ok, ok. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich dachte. Ach, warte mal. Wenn wir jetzt hier so einlöschen, einlöschen und machen da sowas. Ja, sowas rein und setzen. Das so rein. Wir sagen, der soll sich bewegen bei 1 und 1 und 7. Ich muss einmal einstellen. Jetzt hängt er nicht mehr durch. Was sollte ich mit dem Kristall machen? Soll ich den zerstören? Ich muss mit der Stelle hinziehen. Okay, ich schieße mit der Kanone 2. Ich habe jetzt vor dem zu der Stelle hinziehen. Ach, die ganzen Leichen ja. Können Sie nicht anders woanders legen die Leichen? perfekt ich denke mal ich habe genug gespielt heute das war es dann erstmal ich hoffe ich habe die folge gefallen ich hoffe ich habe die folge gefallen und würde mich freuen dass ich euch viel spaß und auf wiedersehen